Ich wünsche mir für das House of One, dass es andere Projekte und Menschen weltweit und hier in Deutschland inspiriert. Die Architektur, wie Einheit in der Vielfalt gelebt werden kann, hat uns von Coexisteet Germany inspiriert. For worldwide peace. Le salam ala elemi. Le shalom be'olam. Pour la paix mondiale.